ja moin diese logik einfach willkommen und wir sagen heute ein bisschen watchdogs 2 das ist heute die zweite folge die wir hier machen wir müssen tap drücken um das hände zu öffnen wir machen heute mal die straßen bisschen unsicher leute wähle die app shop laden doch das war richtig noodle maps installieren links klick wo links klick drücke also noodle maps da kaufen setzen ok machen wir das jetzt wir gehen da so ok und wir kommen warte old polizei so wir klicken jetzt mein auto und wir kaufen uns erstmal ein paar kleider ja moin ui hallöchen ok hier lang hier lang und weiter ui lag ein bisschen warte 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 er verschmert weg glaube ich wir haben sie lokalisiert die polizei kommt verstanden centrale wir geben unser bestes wir versuchen ihn aufzuhalten an alle kürzvermächtigen wurde eine streife hinterher geschickt achten sie darauf dass sich in ihrer nähe eine oder mehrere mögliche zielpersonen befinden ja moin ich habe ihn einfach auf der wand gefahren komm wir müssen schnell los ui weil ach das ist voll schwierig zu fahren weil wir haben grad die krams von uns ja das ist grad nicht so gut wir bleiben hier und spüren ihn aus komm einfach weiter fahren kann ja nicht so schlimm sein oder mhm hetzelt ja leute mein anders ist kaputt gegangen äh von daher ja muss ich was anders ok verdächtige außer sicht suchen weiter ich bin aus der sicht gut nein komm wie komm ich weg eine streife hat die verfolgung aufgenommen ja ein moment zentrale wir drehen nochmal um einfach dein geld ja moin diese logik einfach so ich bin entkommen leute nice f jo autofine ist der angst 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 mit g mit c mit c bestes ein farm so hier ist ein kleider geschäft und einkaufen oberteil so brillen brauchen wir die grünen aber wir warten kurz hoßen ok ich will kurz gucken oberteil oberteil sieht alles ein bisschen komisch aus oder das war und we hat wenn wir wir haben die und wir das die ist das Kaufen, Tasche, Hüte, einen Hut erbrochen. Kaufen, Tasche, Hüte, Hüte, Nöö, Kölpie, Gcon, Schuhe. Kaufen, Träten, Hüte, 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 Hüte. Sieht doch ganz gut aus, oder? Finde ich. Okay, perfekt. Follower gewonnen Warte, ich will kurz in der Garderobe gucken Das sind verschiedene Sachen Masken, ich will eine Maske, ja klar will ich eine Maske Alles klar Perfekt, sie sendet mir die Daten Hat sie gesagt Errichtet den Deadsack Haperspace Mission Ziel Perfekt, welche Karre nehmen wir? Ja Mann, sei doch still So Zack Der Motorrad Der Motorrad Das war einfach die beste Logik Hallo Ne Bewego Oh mein Gott Was ist Ihr Grund anzurufen? Was ist Ihr Grund anzurufen? Was ist Ihr Grund anzurufen? Was ist das? Was ist das? Okay So, wir nehmen die Schuss Wo komme ich jetzt rein? Ich bin echt einfach abgerutscht. Muss ein Erdbeer gewesen sein. Sonst hätte ich niemals derart versaut. Ich musste die Farbe komplett abschleifen und dann neu anfangen. Puh, echt scheiße. Aber ich muss sagen, meine Miniaturen-Armee wird klasse aussehen. Okay. Hey, willst du eine Runde mitspielen? Wir brauchen noch einen Spieler. Das ist eins dieser neuen deutschen Spiele, hm? Scheiße, das ist Freeroad. Hat einen goldenen Ace gewonnen. Wird echt gern, aber ich bin spät dran. Kein Problem. Was? ... ... ... ... ... ... Okay. Und wir brauchen Bots, und zwar jede Menge, um alle Daten von CTOS zu verarbeiten. Danke, Josh. Wir haben letzte Nacht die App modifiziert. Wenn du uns Follower bringst, die die App downloaden, können wir ihre Prozessorleistung für uns nutzen. Machen wir ernst? Ziehen wir das durch? Ja, Mann, wir ziehen das durch. Legen wir endlich los. Scheiße, ja, Mann! Überwahr uns in deine Toren und bereit, Römer-Schädel einzuschlagen. Wir starten ein paar große Dinger mit Massenwirkung, die uns Sympathien bringen, damit die Leute unsere App runterladen. Gut. Keine Sorge, wir fangen mit was Gutem an. Markus, da bist du ja! Am Leben und trocken. War mir nach dem Nachtbaden nicht so sicher. Komm her, das musst du dir ansehen. Tada! Unsere eigene Open-Source-Forschungs-App. Also, pass auf. Wir hier alle tragen die Schwachstellen zusammen, die wir finden, und ermutigen alle ihre Arbeit und Forschung und so zu teilen. Okay, und was macht diese Forschungs-App? Gibt uns mehr Fähigkeiten? Macht uns unwiderstehlich für das Geschlecht unserer Wahl? Also sowas wie eine Ich-kann-Kung-Fu-Geschichte? Wenn Kung-Fu ein Geschlecht wäre und nicht zu 1999? Aber klar. Forschung. Drücke, um eine Fähigkeit freizuschalten. Das nehmen wir nicht. Ich nehme uns einfach irgendwas. Okay, ich mache so hier. Und dann stoppe ich. Pass, okay. Nummer zwei Lösung. Irgendwas zu wählen. So. Ok, ok. Kann ich noch was? Okay, perfekt. So, das war's dann für diese Folge. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt mir in den Kommentar. Sonst sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.